Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Seven Dissotie. Ich fliege heute mal in den Süden. Einfach mal so. Und zwar suchen wir uns ein schönes Fleckchen Erde aus, wo wir ein bisschen was holen können. Da ist die Stadt, da ist ein Häuschen, ich brauche ein bisschen Öltiefer. Da war ja das Gebäude, wo wir schön drinnen gesucht haben. Das ist gewünscht, was wir dürfen, ne? Das ist gewünscht, was wir dürfen, ne? Ich brauche nämlich Öltiefer und da heißt, da hatten wir mal eine Mine gehabt, aber die hat nicht gut funktioniert. Ich glaube, das wird tiefer, was erkennen können, ne? Nicht so tief. Nicht so tief. Nicht so tief. Nicht so tief. Không. Kurz zu. Jetzt wieder ein paar Autos. Hier mal landen, hier ist irgendwas zu holen, was da wo ist. Vielleicht nachtanken. Na, Munition wird knapp. Dann machen wir Pappgum, aufladen. Auf gehts. Bin ich alleine? Jetzt schon. Oh. Oh. Schauen wir hier nach. Na Schwester. So, Messing sehe ich gerade. Nur mehr Messing. Na ja. Gut, mehr brauchen wir gar nicht, ne? Ein Anblick. Okay. Okay. Hatte was gesehen gehabt. Da muss ich mal gucken. Dann Autos. Irgend so ein Gebäude. Immer aufs Dach gehen, ne? Neuntyl. Neuntyl. Dach. Metalltisch. Gehen wir aufs Dach. Schaffen wir den Überblick. Schaffen wir den Überblick. So, da kommen wir noch nicht groß lang. Dann machen wir so eine Öffnung hier, ne? So, da wollte ich hin. Da ist ein Canyon, das ist interessant. Sporttasche. Naja. Stufe 4, das bringt ja was, ne? Das sind Dinge, die wegwerfen, aber im Prinzip voll sind. So. Beißen. Kaktus. Ein Wasserturm. Das scheint hier ein Bergwerk zu sein. Ne Goldwaschanlage wird man behaupten. Eisen. Glaubt nicht, dass wir wegen Eisen so ein Theater machen. Gehen wir ins Haus, ne? Ey, Goldarbeiter! Mit Messer da, wo? Oh, das ist ja nicht. Oh. 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 Blipoca Mal leicht nachladen, ne? Hier ist interessant. Was ist hier für ein Ding? Das ist doch wie mein gefundenes Bergwerk zu Hause. Ich meine, wenn der Händler was hätte, was man sagen könnte, oh das ist wertvoll, aber der hat ja auch nichts. Ein Rohr. So, Elektronik kann man gut mit brauchen. Oieieiei. Hochinteressant. Mal näher anschauen, ne? Immer mit Maschine, äh Pistole. Gewehr. Ich bin nicht alleine. So, jetzt schon. Junge, ich kann dir helfen. Pilze wachsen hier auch. Na, ich bin nicht alleine. Knie nieder, Junge. Müssen mal mit Freibuddeln, wa? Das wird nicht viel bringen, also. Mal gucken bei der Picke. Das ist doch ein Jausebrot, wa? käme schon so picke doch mein ding mitnehmen sollte obwohl ich eigentlich da vorsichtig bin weil ich noch mal sterben sollte es ungünstig ich habe nur ein erdbohrer ein bisschen leder wasser klebeband na super ich hab mal ein bein gebrochen das macht mich langsam wasser wasser Das heilt zwar nach einer Weile, aber es dauert halt lange, ne? Sehr lange. Ich komme so schnell nicht zurück. Ah, hier ist der Jackpot! Ich bin enttäuscht, ich dachte ja, Jackpot ist eigentlich hier, ne? Aber gut. Metall voll ist schlecht, mal gucken mal. Was kann ich jetzt? Den kann ich zerlegen. Ich habe Erdbrotter. Die Leder habe ich aber nicht gebraucht, ne? Ich klack noch schnell! Ja, gut. Ich muss überlegen. Magnum habe ich dabei, ne? Ein Schraubgewehr wäre auch nicht schlecht. Das können wir mal hier lassen. Könnt ihr mal probieren, mit dem Armbrot, ne? Ein bisschen Ressourcen einzusparen. Können wir auch zerlegen, wo das Quatsch ist. Ja. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Glas V8 noch gebrauchen. Wir holen 3. Das können wir weghauen. Aber für... Aber für... ... ... Was ist denn so? Sie finden noch wie raus hier. Zwei ist nicht genug. Ich habe eine Schiene. so schiene oder hier anwenden so ich habe zwar spezielle schuhe die mir im prinzip den aufprall abfedern aber wie gesagt das war doch zu hier musste immer alles gefasst sein pilze kisten aber keine besonderen kisten glaube ich aber immerhin na doch oder eine vergessene neulich gesehen bei albandy aber gut anderes thema das ist ja ein anderes thema öl schiefe brauchen wir eh ne kann man hier merken mal gucken karte karte aktuell sind das wäre nicht schlecht da kommt man hier weg von speichern öl das kann man ganz gut hinbekommen mal schauen dass wir hier was rezepte fehlt einer das ist so wie hier auch können wir auch herstellen rezepte verband ach so hätten wir auch machen können weil muss ja platz haben jetzt ja auch nix so mission feier kaffee schuhe schwere zur entscheidung schwere 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 Magnum verlegen ich kann eh nur eingebrauchen es ist wirklich schwer schuhe raus das zepte zumal jürger sagen gut und den rest halt auch müssen das war nicht viel da ist mir ja steine ich muss platz schaffen könnte ich verspeisen man braucht ja immer wieder was map das das nicht ist nicht ist nun du du Das dauert ja nicht viel, ne? Einige tausend. Das kann ich mal an aller Ruhe machen, dass ich Zeit habe und Lust habe. Jetzt machen wir ein anderes. Wir schauen hier mal weiter umher, ne? Da haben wir ja unser... Vergessen, hier auch noch mehr Ölschieber. Also die Mine ist gut, die wir gemerkt haben. Ach, hier, Feuer. Wir müssen mal einen Weg raussuchen, ne? Was ist hier hinter? Ich werde mal hier schauen. Da waren wir schon. Ich werde mal gucken. Hier geht's im Canyon rein. Ah! Gut, geht's noch einen Weg nach oben. Da haben wir gewuddelt. Da haben wir das Öl und die Treppe nach oben. Ja! Aber... Brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir da. Oder sieht man einen Fahrstuhl? Aufwärts. Da sieht es schlecht aus. Aber ganz schlecht. Das... Eisen. Das Öl. Tja. Das sieht so aus, als wenn wir über die Canyon gehen müssen, ne? Das wäre so ein geschützter Ort, wo man mal arbeiten könnte, ne? Auch nachts. Da könnte man mit wenig Schritten absichern, ne? Kannst hier nicht abnehmen. Wie ist das schlau? Oder Wasser auffüllen, ne? Hier wäre es der Prinzip auf gut Deutsch. Autonom. Wasser vor Ort. Ha! 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 Gleich... Wasser weg hier. Das ist ja wirklich schlecht. Noch ein paar Gläser voll machen. Und wir sind... Und wir können hier wieder, äh... Ja... Reingehen, ne? Ah, da muss wiederkommen wasser. Haben wir zu beißen da? Nö, ne? Mein Hunger habe ich zwar auch, aber... Was? Messing. Also hier ist was zu verlaufen. Da war es schon gewesen. Das war auch ein Ausgang. Oh, Soli-Schauer. Das soll es für heute gewesen sein. Ich melde mich gleich wieder. Dann sage ich mal Tschüss. Und Winke-winke und Totau. Ja, es geht gleich weiter. Und zum Morgen. Tschüss.